Thema dieses Films ist das am häufigsten in elektronischen Geräten eingesetzte Bauteil, der Transistor. Die grundlegende Technik des Transistors wurde bereits 1925 beschrieben. Hergestellt werden konnte das elektronische Bauteil zu dieser Zeit aber noch nicht. Es der erforderlichen Reinheit herzustellen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017